Hi Randa! Hallo! Ich habe gehört, dass du etwas vom Projekt SeoulTravel gehört hast. Kannst du uns etwas erzählen? Ich bin auf die Website gestoßen und habe mich eben durchgeschaut und da bin ich auf einen ganz bestimmten Ort gekommen und zwar die Niederen Basquiden und die Geschichte und die Kultur hat mir sehr sehr gefallen. Und was hat dir besonders gefallen? Was mir besonders gefallen hat, ist wie gesagt die Geschichte. Also darum geht es eben, dass die Lenken damals... Ich bin halb Lenke! Wirklich? Ja! Super! Dass die eben vertrieben wurden während des Ersten und Zweiten Weltkriegs und wunderschöne Kirchen hinterlassen haben. Also die Kirchen sind aus Holz und sehen sehr extraordinär aus. Also wirklich, ich habe noch nie solche Kirchen gesehen. Und die Berge haben dir auch gefallen? Ja, die haben mir extrem gefallen, weil es verschiedene Kurorte gibt, wo man sich erholen kann. Man kann sehr schön wandern dort, man findet die verschiedensten Pflanzenarten, die verschiedensten Bäumearten. Ja, also auf jeden Fall, weil es ist ein sehr umholsames Gebiet. Sehr cool! Und abschließend sag mir nur, würdest du gerne dort hinfahren? Ja, auf jeden Fall! Es klingt wie eine Idylle, die man im Märchen liest und auf jeden Fall würde ich sicher, wenn ich mal Pause von Wien brauche, würde ich gerne hinfahren. Super! Danke! Kein Problem! Danke für das Gespräch! Gerne! Musik 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 Musik